Willkommen zurück zu FrogGun. Wir sind hier jetzt in Welt 5, Spiky Hallway. Dieser Hallway bringt uns nun zur... Irgendwie scheinbar eine Höhlenwelt oder so. Und ja, bei den letzten beiden Folgen, oder Folge, Folgen, ich weiß nicht genau, wie ich es schneide, auf jeden Fall, haben wir ja gespeedrunnt ganz viel. Und ganz viel nachgeholt. Und das bedeutet ja, ich mach doch hier 100% mit dem Spiel. Ich hab mich noch entschieden, ich muss doch. Und deshalb mussten wir in den letzten beiden Folgen dann noch viel wieder nachholen. Jetzt sind wir mal weiter in der Story. Hey, da drüben ist ein Schalter, der wird die Tür hier öffnen, aber das wird ein bisschen schwierig da reinzukommen. Das wird schwierig da reinzukommen? Wieso das denn? Ja, da hinten ist einer. Ja, okay, hast recht. Aber ich weiß auch nicht, wie ich da rankommen soll. Außer... Das funktioniert! Also so ist es definitiv nicht gewollt. Aber warte, das bringt mich ja weiter, ne? Dann lass ich's erstmal. Weil... Ne, oder? Was ist denn hier eigentlich gewollt? Ne, das will ich jetzt ernsthaft herausfinden. Was ist denn hier eigentlich gewollt? Geht's hier noch irgendwie lang oder so? Ne. Okay, sehr seltsam. Na gut. Ja, das funktioniert. Dann machen wir's. Warum fühlen wir uns das denn hin? Sag mir nicht, hier geht's weiter. Und jetzt ist das Ende oder so. Ne. Ne, man soll das so... Okay, meine Vermutung wäre halt, dass man... Ne, das macht keinen Sinn. Ne, das macht keinen Sinn. Aber da muss ich schnell rauf. Und dann noch links. Und dann noch links. Okay. Hm, wie soll man das denn sonst machen? Ne, das muss doch so richtig sein. Ah, so soll man's machen. Boah, der lange Zunge, du. Okay. Schön, hat funktioniert. Bin aber. Ähm. Da geht's weiter, ja? Sag mal jetzt mal hier lang. Hm. Verstehe, verstehe. Da kann man abkürzen. Für einen Speedrun. Ja, ich denke schon so nach. Äh. Das ist natürlich jetzt doof. Aber ich würde gerne auf die andere Seite kommen. Boing. Bam. Ja, toll. Jetzt muss ich halt hin und zurück, ne? Kann man nix machen. Müssen wir halt ein bisschen abwarten. So ist das ja wieder gebaut. So hat der Dev. Das sich entschieden. Aber hey, Checkpoint! Und nur? Sind wir ein Schalter? Das ist gewollt. Soll ich Spielmann-Taktik aushauen? Okay. Mach ich das. Zack. Okay, vielleicht soll man das so machen. Jetzt soll man selber nachdenken. Kann auch mal, ich laber. Ich laber ganz viel, aber nichts davon. Aber macht es Sinn, den Like-Button zu drücken? Das müsst ihr mir sagen, ob das Sinn macht. Ähm, gelber Schalter. Ich merke mir das. Ich werde es mir nicht merken. Doch. Hier ist es direkt. Perfekt. Ist es auf Zeit? Ne? Ich höre keinen Ticken. Scheint nicht auf Zeit zu sein. Oh, da oben sind noch rote Münzen. Guck mir die ran. Das sind wir langweilig, aber ich bin so bunt. Na komm. Schneller, schneller. Ich treu mich im Kreis. Ich bin der Beyblade. Oh, da sind noch Münzen. Würde sie sich da verstecken. Aber wir haben ja jetzt mittlerweile sechs Leben. Was hat alles nochmal um einiges vereinfacht. Und da haben wir gerade durchs Gameplay selber erfahren, dass man wie Pikachu mit seinem Abi so zigzagen kann. Mit der Gun. Aber wie gesagt, uns fehlen noch ein paar Sachen. Ah, es kommt direkt auch schon auf uns zu. Als nächstes. Und ich habe leider mein Timing verpasst. Deshalb versuche ich mich gerade zu retten. Aber wir können auch einfach cheaten. So. Cheatet. Hä? Ach, hier geht es jetzt weiter. Ach, lol. Ah. Lol, okay. Cool. Boing. Okay, gut, dass hier... Checkpoint ist. Das ist ja richtig tricky ab jetzt. Boing. Ja. Hier ist alles was. Das ist ein Secret? Das ist das... Nein, das ist kein Secret. Hier geht es weiter. Aber es gibt hier noch ein Secret. Das müssen wir finden. Das ist ganz wichtig. Ganz, ganz, ganz wichtig. Die Sachen nehme ich immer mit. Dankeschön. Boing. Und boing, boing. Ah, verstehe. Zudem. Boing, boing. Was ist da oben? Einzelner Piller da oben. Das darf wahrscheinlich nichts zu sein. Hey. Hey. Oh nein. Das ist nicht so auf Treffen. Nicht gut. Ist ja schön, dass ich so viel Leben habe. Aber ich sollte es nicht übertreiben. Das ist definitiv nicht. Dopp, 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 dopp. Okay, das hilft nicht. Oh mein Gott, die brechen zusammen. Die brechen zusammen. Ich habe zusammenbruch gespeichert. Und der Bar. Und warte geht es. Ey. Das fand ich jetzt aber nicht. Komm schon. Ich habe das. Ich habe das. Ich habe das. Jaha. Und das Einzige, was ich dadurch verliere, sind meine Nerven an meinen Fingern. Oh mein Gott. Da ist ein Checkpoint, ne? Aber jetzt nicht. Nö. Ich mache es ohne Checkpoint. First try. Ich werde es bereuen, oder? Boing. Boing. Oh. Ist das lustig? Boing. Da kam um was. Oh. Mhm. Verstehe. Hey. Ah. Ihr seid total lustige Burschen. Das seid ihr. Oh. Okay. Wir haben es ge... Wow. Ich dachte, ich sterbe jetzt. In der Moment. Wir haben es geschafft. Wir müssen uns abwarten. Ich will mich nicht immer treffen lassen. Obwohl ich hätte da schon immer spüßen können. Und. Hi. Du kommst mit. 14 Burschen da. Den anderen. Du die. Die Münzen ein. Ich spring rüber. Boing. Boing. Aber wir sind schon gleich durch mit dem Level. Hey. Anhand der Anzahl meiner Münzen sehe ich das. Hey. Aber uns fehlt noch die Schriftrolle. Was zur Hölle? Und uns fehlen 10 Münzen. Möglicherweise eine Vase oder so. Die die 10 Münzen beinhaltet. Das ist jetzt ganz schlecht. Oh mein Gott. Was? Also. Zum einen. Wie habe ich die gefunden? Und zum anderen. Wessen Idee war das? Okay. Wir haben alle Münzen. Aber uns fehlt immer noch die Schriftrolle. Egal. Die suche ich dann gleich. Wenn ich. Speedrun hier mache. Mach ich hier gleich Speedrun? Ja doch. Ich glaube ich mache hier sogar direkt Speedrun. Kann ich hier abkürzen? Ja. Ist hier oben noch was? Ein Secret? Ein Kuss? Nö. Got it. Okay. Ja doch. Irgendwie habe ich jetzt Bock. Nie im Level direkt im Speedrun zu machen. Ich weiß auch nicht warum. Habt aber jetzt voll Bock drauf. Yippee. Kein IP leider. So viel schneiden. So viel schneiden. Ei. 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 Hey! 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 Oh Okay 1,36 Ich finde das ist eine ordentliche Zahl So als Speedrun Spiel sagt es Ja Spiel sagt ja Leider nicht Tode Und mir fehlt noch die Note Das heißt ich werde jetzt noch einen Run machen Wo ich ohne Tode nach der Note suche Und dann zeige ich euch wo sie ist Kann das sein Dass ich diesen blauen Schalter hier verpasst habe Habe ich Hier ist die Note Habe sie gefunden Mal kurz davor zu überlegen Vielleicht tue ich doch lieber nach Ich finde es irgendwie nicht Und dann habe ich das gerade bemerkt Und ich war mir sehr sicher Eine blaue Blöcke habe ich in diesem Level nicht gesehen Also ja Jetzt noch kurz noch Death Und dann geht es gleich weiter Yippie Auf zum nächsten Level Mirage Cave Mit sich und da oben ist der Boss Aber wir müssen einmal drum herum gehen scheinbar Na gut Wenn das so ist Und wieder diese Ich glaube übrigens So spielt noch ein bisschen länger gilt Als Hä Hast du das gesehen? Diese Blöcke die kommen gar nicht aus dem Gesicht So Wie machen die das? Ich hasse Magie Oder Magie Glaubt ihr wirklich an Magie? Glaubt ihr an Magie? Oder Das ist alles Schwindel Ja die Blöcke scheinen wirklich nur Zu erscheinen Wenn ich direkt daneben spiele So geisterblöcke halt Hey Wir sind auch wieder vererscheinen Spinnis Boing Boing Yay Das funktioniert Können wir schon umschauen Wir wollen natürlich alles Ja Abgreifen Ohne Widerworte Ohne Widerworte Wir aufpassen Immer aufpassen Heck mit dir Ah Ich kann mal springen Und ein Checkpoint Okay das scheint ein Eher kürzeres Level zu sein Das halt dafür halt einfach die Mechanik zeigt Hier mit den Blöcken Aber ich gehe nochmal ganz kurz zurück Weil Wie sonst nochmal hier eigentlich rankommt Wenn nicht so Oder kommt man hier später noch hin Oh doch ich merke es gerade Ja doch warte Boah der Beat aber Boah Der ging halt ganz kurz ein bisschen ab Oh Und ist aber gesichtet Hi 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 Jei 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 Hi Oh Nicht gut Hm Fällt mir gar nicht mehr Wir drehen uns vor allem auch Ja die Plattformen selber drehen sich auch Hä Wann hat der denn jetzt Schau mal Keine Ahnung Ist auch nicht wichtig Äh Spinis Okay Ähm Da hab ich natürlich lang Aber die Spinis sind weg Oh ist die Spinie Danke Spinie Okay die Tauchen nur manchmal auf die Spin Ähm Ähm Zieht das hat es gesammelt Ne Verdammt Ich weiß nicht wie man da jetzt Vorgehen soll Ein Schau möchte mir noch geben Sonst schneide ich das Aber Eigentlich Hm Also zar Hotel Hotel Spinis Okay Ne hier ist der Ausgang Ja will ich nicht lang Darf ich nicht lang Okay Manchmal spawnen die auch neu Interessant Okay wir bleiben Warum bleiben die denn immer Eins Zwei Drei Vier Fünf Aha Musst du der rüber Hier ist nämlich die Plattform Dann musst du der rüber Denn hier Ja Genau Jetzt abwarten Zu der rüber Plattform Yes Aha Das ist der Ausgang Richtig 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 Okay Super Super Wäre es By the way Auch noch Wenn ihr den Like Da lassen würdet Ich vermisse ihn Nämlich den armen Like Also ja Tut was ich sage Nein Gut dass ich ihn noch mal Fünfmal im Kreis gerannt bin Um abzuspeichern Manchmal geht der Beat hier echt ab Okay Okay Und ich spring Nimm mit Schmeiß weg Nimm mit Schmeiß weg Hä Ja chillen wir kurz Und drehen Und zieh Im Kreis Im Kreis Im Kreis Ja 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 Wow Hehe Geht Spaß Hätten noch mehr Spaß Wenn Ich hier ganz easy Alles bekommen könnte In dem Level Hi Kumpel Das war Münzen für mich Da hinten ist aber was Hä Was zum Hey Was ver Oh Oh Hey Was versteckst du hier vor mir Hm Hm Was war denn hier schönes Ja ja Mir kommt hier gar nichts Gar nichts Klapp Oh hier ist ein großes Areal Okay Ich kann mich einfach frei rumbewegen Theoretisch Nur natürlich die Münzen mitnehmen Ah so geht's weiter Hä Wait Okay Wenn's hier weiter geht dann Was hab ich denn dann verpasst bitte Oh Was Nooo Ha Wir hätten jetzt eh nur ein Checkpoint oder sowas Boing 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 Ja Tatsache Das ganze hier für Münzen und ein Checkpoint Aber das Wir müssen sowieso alles Funken und sammeln Also von daher ist es wichtig Nein oder Jetzt sagt mir nicht Hier geht's auch lang Hä Ist das ein Troll Aber vorhin Gab's doch auch einen Weg Zu einem Checkpoint Was Ich verstehe gar nichts mehr Freunde Mein Gier dreht sich Tü 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 Sondern kuckuck Such Keine Ahnung Hä Ich bin doch jetzt Ich bin wieder am Anfang Bin doch lustig Aha Ja Auch hier haut einfach direkt dann ab so wieder zurück hierhin also hier ist ja richtig da oben ist hoffentlich nichts hier geht's lange richtig du kommst mal mal was anders ja man soll eigentlich nämlich so machen dass man man die dran stößt so ein boost bekommt von der sonne krieg noch nicht immer hin also so lange wird das werden wir hoffentlich nicht mehr sein alles neu eine ehrenrunde drehen wir sind unsichtbarer block nein man muss sich einfach rüberschießen lassen entweder mit tricks oder mit den spinnen ich hab's mit tricks gemacht weil ich bin magier ich bin zauberer ihr kennt mich genau das bin ich schon immer gewesen wie was meint es wisst ihr nicht doch das ist kommen doch nicht das heißt jeder da hast du was weißt du hey pass auf renata diese du weißt nicht was du streckst die noch haben was für den ersten ärmel die noch haben ich wollte mich da gerade runter werfen aber ich konnte mich ja austricksten also ich konnte die austrickst besser gesagt okay das level ist hier gleich vorbei das muss der endspurt sein hoffentlich kurz warten und genau schade schade wo bin ich jetzt eigentlich wo war das noch mal und direkt hier wäre sogar checkpoint gewesen wie habe ich die nicht aktiviert hau 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 na gut mir doch egal mir doch egal mir kommt die stuppe interessiert mich nicht nein überhaupt nicht oh natürlich habe ich wieder eine blöde in den abgrund stürzen wo sind die spinnen ich brauche euch jetzt ich brauche euch ganz dringend auch wenn ich sage ich habe ich habe alles glaube ich müsste alles haben wie zur hölle mache ich hier ein speedrun draus was zur hölle ja zumindest haben wir alles gefunden immerhin etwas aber schluss das mal an viel level da oben ist ein boss dann rennen dann noch ein level und dann noch ein level also mindestens vier level kommen hier noch und hier geht es einmal nach unten und nach rechts was ist denn da unten seltsam das ist mal bevor wir das jetzt machen erstmal hier einen neuen hut kaufen was haben wir denn hier einen strohhut oder so sugegara heißen die wirklich so ok und eine gute nachtmütze die finde ich super die nehmen wir die nehmen wir ok äh es gibt noch insgesamt sechs sueter die wir kaufen müssen drei die wir nicht anlockt haben all right okay da 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 wünsch mir glück guck Hey! Hey! Okay, 1,9 für den ersten Try? Not bad. Ich bin, ich bin impressed von mir selbst, dass das so easy ging. Perfekt! Das können wir direkt drin lassen. Wow. First Try, alles geschafft. Ich mache mir hier Gedanken drum. Wow. Gut, Chamber of Spooks. Ist das nächste Ding hier. Und ab jetzt werde ich gucken, dass ich nicht unbedingt eine Welt pro Folge mehr mache. Damit sie von den Längen besser sind. Damit sich immer 50 Minuten porten. So ein bisschen weniger. Bisschen weniger tut es auch. Wie besiege ich die denn? Das ist der richtige Zeitpunkt dafür. Muss ich die besiegen? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich muss sie nicht besiegen. Man kann. Hey, diese fliegenden Skulls. Nö, 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 nö. Die sehen aus, als könnte man sie als Plattformen benutzen. Ich hoffe, die stört das nicht. Oh, oh, die explodieren dann Bonk. Der könnte weh tun. Nö, 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 nö. Ne, ne, nö. Ei. Komm ich denn da ran? Achso. einfach kurz ein wenig abwarten. Oder einfach reinrennen und was sterben. So wie ich es tue. Wie man möchte. Oder man stoppt einfach sofort. Ohne irgendwas zu bekommen. Das geht natürlich auch. Ah, ich glaube, was man hier machen könnte. Oder? Ja, ja, ja. So muss ich das später mal auf den Speedrun. Okay, 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 okay. Okay. Oh, hier ist doch noch was. Oh, gut, ich zum Schrauben bin. Das hätte ich nicht gesehen. Was ist das denn hier? Blau? Blauer Schalter? Blaue Tür? Fragezeichen? Ja, hier ist ein Blau-Schalter. Okay. Das könnte wirklich sein, dass das aber so eine Tür ist. Haben wir noch nicht bisher gehabt. Aber okay, ich bin offen für neue Elemente, weil, warum nicht? Das hält es interessant. So ist das doch auch was Musik tun. Lass mal sehen, das Sache. Boah, 50 Münzen waren hier einfach versteckt. Schaut mal, wie viele Münzen ich jetzt finden muss. Sicher ist es jetzt. Oh mein Gott. Ja, so guck ich dann auch. Oh no. Oh no. Hey. 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 Mach ich das denn mal am besten? Ah, so mach ich das. Okay. Du musst einfach noch besser aimen. Na gut. Ein bisschen der Luft halten. Damit ich hier einfach an die Plattform rankomme. Ist wie so so ein... So ein Yoshi. Bisschen in der Luft. Keine Ahnung, aber ich laber. Ich finde das hat Sinn gegeben Was auch noch Sinn macht Ist wenn wir hier versuchen Alles einzusammeln Läuft ja eigentlich schon mal ganz gut Und die komme ich nicht vorbei Keine Ahnung wann man die besiegen kann Vielleicht wenn sie ihre Köpfe kurz aufmachen Dann könnte ich es mir vorstellen Aber ich weiß nicht Wenn ich dann raus springen Oder die abschieß Oder was da gewollt ist Keine Ahnung In jedem Fall Check mal eins Und was? Es gibt einen weiteren blauen Schalter Also jetzt haben wir den gleichen Gegner hier Aber der kann diesmal schießen Der ist ein Magel geworden Und grüne Tür Blau und grün Blaue Tür Grüne Tür Hä? Now Checkpoint? Da unten ist doch nichts Die einer Hä? Spiel ist er wann so gütig Zu gütig Boing Ja Wenn das doch da hier ist Bei den Sky Reactions Dann Machen wir das Ist egal wenn sie wehtun Ich habe genug Leben Um das auszuhalten Yes Okay ich muss aufpassen Wo sind denn hier Schalter? Hä? Dann komme ich nochmal zurück Hey Diese Area hier Die ist voll mit Geheimnissen Du musst die Türschalter nur finden Ja Das habe ich auch schon Kumpel Du bist Bisschen Spiel dran Na gut Es sind immer diese Characters Die so spät dran sind Ne? Wie komme ich denn da ran? Von der anderen Seite glaube ich Ich glaube hier ist ein Gitter Oder? Sieht zumindest so aus Wie habe ich da Münzen übersehen? Was zur Hölle? Na gut jetzt habe ich die Okay ich warte hier einfach mal ab So viel zu Ich warte hier einfach mal ab Habe ich gut gemacht Ich weiß Nein Da wurde nicht gespeichert Doch der wird gespeichert Nur die Christus Guides Und unter anderem werden nicht gespeichert Hä? Und die Münze? Hä? Einmal oder warum sind auf einmal Münzen Die ich nicht gesammelt habe? Was zur Hölle? Das ist mal ein Witz Ja wir finden hier Schalter Meint ihr das hier jetzt noch in der Nähe Schalter sind oder kommen die noch? Weil ich dachte halt jetzt Oder ich denke halt jetzt Dass sie noch kommen Aber wenn das hier erwähnt Dann habe ich auch keine Ahnung Was gesagt Man hat immer zwei Versuche Nach dem zweiten Mal Vergangen mit dem Mit der Gang Weil die sofort aufzuschießen Für eine kurze Zeit Warum auch immer Ist auf jeden Fall die Regel hier Boah das ist echt nervig gerade ne Ich hoffe es ist nicht zu langweilig Für euch zum zuschauen Aber Ja sorry was soll ich machen? Ich will ja dass ich das genau So eben mache Ja ok dann habe ich zumindest die Münzen Kommt ist egal Das habe ich hier zumindest Und rüber Perfekt Perfekt Ok Es kann weitergehen Spannende Gameplay Wird zurückgesetzt Hippie Oh 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 Ey Roter Schalter Rotes Licht Grünes Licht Oh das soll man gar nicht Oh oh Das sollte man gar nicht Erst mit dem grünen Schalter Soll man hier lang kommen Oh oh Sorry Spiel Ich bin da einfach ein paar Schritte voraus Ich weiß ich bin OP Ich habe eine Gun Oh den kann man gar nicht besiegen Oh 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 Okay Aufgepasst Das wird uns bei dem nicht kehren lassen Okay Eins Zwei Drei Wow 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 Du hast das heute Emerald Und hier sind die restlichen Münzen Darum ist das Ziel Okay okay Aber uns fehlen noch Schalter für unten Ich wette dass da unten noch Münzen sind Damit wette ich Ich wette auf Äh Auf etwas Ja Ich wette auf den Like Euren Like Was ist Okay Gelber Schalter Ja okay Rückweg Toll Okay Coins Ich bin ja hier der Coin Master Ich brauche die alle Okay Hi Wow Ey ist das echt gut Ich finde das echt gut gerade Mein Skill ist gestiegen Behaupte ich jetzt mal Wir haben Münzen Nee Mir fehlen Zehn Münzen Hä Da hinten sind sie glaube ich oder Beim Emerald Wow Ja Komm schon Yes Hä wir haben aber alles Aber unten waren noch zwei Tore Oder sollen die mir nur zeigen Dass ich Äh Dass man Tore Äh Keine Ahnung Jedenfalls wir haben es geschafft Keine Ahnung warum da unten noch zwei Tore sind Die Haben irgendwie gar keine Bedeutung Weil ich ja ab doch alles Sehr weird Wir hinterfragen wir es nicht zu doll glaube ich Ist glaube ich besser so Ahja No Death und Speedrun muss ich jetzt noch machen Ja Habe ich ne Ahnung wie ich das mache Nope Aber hey warte mal Hier ist ne Chest Hier ist ne Chest HP Ah Wir haben mit sieben Leben Werden sie mir helfen Ich hoffe doch Ich denke ich muss ihr Cut Hey Hey! Okay. Unter ne Minute? Geht doch voll. Das könnte reichen. Ich wäre froh, wenn es reichen würde. Spiel. Zwinker. Zwink ichs. Let's go! Heute ist mein Tag, glaube ich. Hehehe. Wahoo! Wahoo! Okay, wir haben, denke ich, noch ein bisschen Zeit. Deshalb machen wir... Oh! Hier ist nächstes Level und ich sehe schon da hinten, da rechts ist die nächste Kiste. Oh, ist zur Hölle? Aber ich sehe auch schon den Gegner da oben rechts. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass wir mit ihm zu tun haben. Weniger Münzen. Ja, aber ob das jetzt unbedingt kürzer ist? Wahrscheinlich ist es kürzer und dafür schwerer. Das ist jetzt meine Vermutung. Und direkt am Anfang können wir schon mal ein paar Münzen ergattern. Oh, knappes Ding. Hey! Ah, wie hat mich das denn getroffen? Come on. Du verschwindest! Hey! Boing! Die sind ein bisschen wie Hammer Bros, oder? Für mich schon. Ah, hier geht's weiter. Okay, ich wollte ja noch gar nicht alles vorwegnehmen. Okay, ich gehe schön außen rum. Ich gehe schön brav außen rum. Das ist lustig gemacht hier. Das ist ganz lustig. Oh Gott! Oh no! Oh no! Jetzt bin ich hier. Hi! Welcome back! Okay, ich habe мен HP abbekommen. Ich habe einen Treffer mehr leisten als beim letzten Paar Level. Oh Gott! Durch 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 und springen Gott wie lebe ich noch Ich sag ja heute ist der tag heute Beweise ich meinen skill Ja indem ich runter springen und sterben auch gut so kann man sich auch machen Ja aber Das gute an den notizen ist die kann man sich auch durchlesen wenn man im hauptmenü ist Da seht ihr das ja unter den sachen die wir alles gesammelt haben im level Das ist ein großer balken mit dem text Das finde ich sehr gut Stehe Na ihr blöcke Euch gehts gut ne oh gott was Ah verstehe spinne 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 Ich spinne Komplett Ey Ich fahr runter Genau Ne an den nicht ran ziehen oder doch 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 bei dem ist was Ich dachte das wäre jetzt voll dumm aber nein Die verstecken hier was Oder gehts hier einfach nur weiter Okay Lol Hä aber da Oh Ja doch das muss man sogar machen Ja oder Ich geh nochmal kurz zurück Ne doch hier gehts sogar weiter Okay Ne das muss man nicht machen Kann man aber machen Kann man machen Muss man aber nicht So und wie komm ich da ran Spinne's Die Antwort ist immer Spinnelein Ist nie allein Auch wenn da alleine Egal Egal Was da hinten ist was Da sehe ich irgendwas Was mysteriös Was geheimnisvolles Ist das einfach Like Ne Ne das ist es nicht Nur was anderes ist es Nur was ganz anderes Wo ist da unten so ein Lichtkegel Ganz alleine Und jetzt Na gut Ich judge nicht Aua Blaues Feuer haben wir jetzt Okay Wer spielt da mit den Farben rum Nosferatu Ich weiß dass du es bist Lächter jetzt auf die Farben Wann lässt es endlich sein? Ja 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 Yes Yes Boah das noch springen muss Böse Was ist das für ein Bonuslevel? Oder gehts ja weiter? Ne Gehts weiter Dennoch uns fehlt noch ein Bonuslevel Das sollte ab jetzt hoffentlich erst kommen War ich schon voll irgendwo Aber Junge ist das Level lang Ist das auch aufgefallen? Das ist das Speedrun Oh Gott Mal gucken wie lange ich da versetzen werde Ich habe meinen Hintern nicht abgebrannt Ich bin voll reingerannt Na egal Freue ich mich lieber Statt aus dieser Frage Ah Okay das ist extrem offensichtlich hier ne Ja Noch offensichtlich da kann man es gar nicht machen Dankespiel Immerhin etwas Nein Mach auf Schlafmütze Wir wollen den Schatz Er war den Schatz den könnte er haben Wollte das Spiel mal sagen Wäre auf jeden Fall schöner als die Alternative Äh was Achso Oh Oh So ein Ding mal wieder Mhm 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 Okay In der Luft anhalten Das Ding Mitnehmen Perfekt Okay Okay Nein Nein Ah Das war so close Das war so close Ah Okay Ich hab's nicht Ich hab's nicht Jetzt hab ich's Wow Okay ich chill kurz Ich chill kurz Jetzt Okay Okay Oh Gott ich hab's Speichern Nimm mit Schmeiß weg Nimm mit Lass dich treffen Und kill den Spatz Da Schwachmaten Ich will keine Schwachmaten hier Meine Gunn mag das nicht Auf gar keinen Fall Hast du verstanden Oh Gott Nein Oh Gott Ich mein okay Es wird ausgespeichert Üblicherweise Es hilft mir hier nicht Beginn den Gegner Bam Dann hab ich jetzt gekillt Äh Hä? Aber er sieht mich da hinten noch gar nicht Erst jetzt sieht er mich Hm Reicht nicht Okay erstmal killen Ich bin mir grad nicht sicher Ich geh nochmal kurz zurück Um sich jetzt zu sehen Okay Hat er alles Na gut Okay hier ist das Ziel Dahinten Ich seh es an der Münzanzahl Sind fast da Wow Hey Wow Okay Auffassen Nicht ein Ziel rennen Auffassen Haben wir alles Es fehlt ein Es fehlt ein Was fehlt ein Zehakt Ist das nicht im Ernst oder? Warum ist da eine Minispinde gerade Ne Ne Ehrlich jetzt Es fehlt Ein Zmaragd Ein Emerald Was? Ich geh erstmal ins Ziel Ich geh erstmal ins Ziel Ich müsste so weit zurück rennen Ich glaub das schreib ich vielleicht sogar gar nicht mehr Ich hab komm erst mal ins Ziel Ja gut ich hab ein paar Devs Ne Wo war denn der eine Zmaragd Wie hab ich den verpasst? Okay Holen wir uns erstmal Einen Jung-Shi-Hat So heißt der zumindest Haben wir noch genug Geld für den neuen Hut? Schau ich will den neuen Hut Denn der steht mir sehr sehr gut Ja den Astronauten nimm Ihr wisst Ich werde den benutzen Zum 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 Ja ich werde den einfach benutzen So Man muss nicht sagen Ok wir hüte noch Es wirkt so als wäre hier schon das Ende Ist da oben schon der Boss Der Final Boss Ich will sie den nächsten Mal raus Erstmal So ich noch Warte jetzt mal raken Hey Da hinten ist einer Ist das der den ich verpasst habe? Hey Das muss der sein Hey Wie kommen wir denn da hin? Oh Das ist bestimmt der den ich nicht habe Hilfst du mir dabei Unsichtbarer Block Ich mach bis nach oben bitte Danke Oh Habe ich den? Ich würde behaupten wollen Nein den ganz am Anfang habe ich nicht Also diesen hier Na gut Jetzt noch den anderen kurz finden Hab ich ihn leider gerade vergessen Aber kann ich mich einfach hoch cheaten? Ja doch Das muss ich auf jeden Fall machen können Für Speedrun Oh Tyrese hat es nicht Obwohl ich sogar den Sparky eingesammelt habe Ich weiß es unter einem Hut Das ist wenn der schon wieder ok jetzt habe ich schon abgekürzt das geht um ist hier lang das ist sehr gute abkürzung so weit im level drin ja das ist eine sehr geile abkürzung okay Ah, stimmt. Hier war der zweite Samarakt. Ich habe ihn. Ich habe beides Marakt. Jetzt habe ich ein Ziel. So schnell wie möglich. Wo ist ich lang? Mist, ich habe alles wieder vergessen. Hier gibt es bestimmt noch Abkürzungen über Abkürzungen. Nein, wo ist der Checkpoint gewesen? Das geht noch, das geht noch, das geht noch. Das ist okay, das ist okay. Okay. Hätte besser sein können. Passt. Okay. Spring. 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 Wo lang? Da hinten. Da muss das Ende sein. Nein. Okay. Ah, Mist. Wir müssen erst mal hier die Szene noch wechseln. No way. Oh, danke für den Dämmelspuss. Wie lange soll das denn noch gehen, Mann? Hey. 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 Was, hier war das Ende? Ja, hier war das Ende. Bitte sag mir in unter zwei Minuten. Bitte. Bitte sag mir, es war gut. Ich fand das richtig gut. Bitte. Spiel. Spiel. Es war gut, oder? Spiel. 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 Aber ich habe No-Deafs nicht geschafft. Aber das hole ich aufs Gehen nach. Oh mein Gott, das war wirklich eins der schwersten, wenn ich sogar das schwerste in dem ganzen Spiel. Dieser No-Deaf-Run gerade. Sorry, aber hier nach muss ich mich auf jeden Fall erst mal erholen. Außerdem wäre die Folge viel zu lang, wenn wir es weitermachen würden. Deshalb würde ich sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, werden wir beim nächsten Mal hier auf jeden Fall weitermachen. Erst mal Running with Fear und dann da oben ein Bosskampf. Ist das hier schon das Ende? Oder geht der Spaß noch weiter? Findet es mit mir zusammen heraus beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.